weiteren stream auf meinem kanal mein zeugkanal, mein hauptkanal frg gaming ja und wir machen mal hier mit den arianen runde fortnite hau zu singen gesetzte ja also das das kommt nicht gut an wenn man singt so ja was mache ich denn mann was ich muss gucken muss kurz mal ein Account empfinden erst allein gerne für den ersten Mal wo wir hin komm lass einfach ja oh Fagi, ich bin zu spiel rausgefunden zu früh mein ich oh no hey wir gehen einfach hier zu so das bringt hier auf dem Berg hier wo hier Panner let's play und wir waren so das Gaspot nein hier ist keiner hier ist keiner da ist ich habe und ich habe auch auf PC aber ich habe mein PS4 Account jetzt verbunden mit dem PC also mit PC Fortnite und jetzt habe ich ähm vor also diesen Account auf PC und jetzt kann ich bis ich zeige zum Beispiel wie die Tim äh EP-Boost geben Battle Passant Level zu einfach schneller da sehe ich alle krasse aus ihr habt den einfach den normalen Scan ich habe einfach den den haben wir heute abgebaut so schlechter Loot war hier gar nicht eigentlich für mich ne blaue Eier und ne grüne taktisches Rotländer ja also also farbige Loot ist immer gut ja ist kann ja erster ja ja Entschuldigung Entschuldigung da ich geschossen habe das sieht aus wie hier bei das die Podis um wollen lassen wir mal etwas älter welchen holen dann müssen wir doch noch geht ja ich dann müssen wir geht nur holen ich glaube 3 3 KG 202 wenn wir es weiter finden ist Prozent mitnehmen wegen Prozent äh äh wir müssen nur eine Mission machen wir müssen jemanden snipen und das wird schwer du die Tür wie waren wir hier ja ja wir können hier raus gehen ich weiß nicht ob wir noch Camper sind oder so aber da ja wo uns wir müssen hin ist egal da ist aber stark angehättet der mit den Neidwahl die waren halt dann ja zu zweit und dann könnten wir die nicht pushen das ging nicht von hinten den einen wusste gerade nicht dass das zwei waren das ja level hunderter der kann sich gekauft haben der kann sich gekauft haben ja 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 oh da muss man weit fliegen mach nix wie lebt es ich will es nicht müssen immer nach oben halten ihr könnt euch mitzocken also wenn ihr auch eine pc habt dann könnt ihr auch wie immer mitzocken mit dir will doch eh keiner zocken es ist so keiner möchte mit ihnen zocken oder aber ich sag so dem du bist schlechter wie arjan das muss ich jetzt ehrlich sagen auch wenn du jetzt ein dislike drauf gibt du bist schlechter wie arjan oder gehen noch da geht eine zwei noch hin wer geht eigentlich dahin außer wir ich frag warum gehen wir da hin sind wir vielleicht dumm oder so hier ist ne kiste hier ist noch eine ich muss eine öffnen ich muss eine öffnen ich muss eine öffnen hier ist ne kiste bei mir ja ich kann nicht bei dir scheiße ich kann jetzt zwei öffnen ich muss sie haben ich muss sie haben ich stehe unter Beschluss im saufbruch muss ich nehmen oh no! ja, da brauchst du einmal noch treffen Er kommt! Fast nicht! Er will mich finden! Ah, von hinten! Seinen Kollegen! War ich dann? Oder, ne, war der nachher? 20 Leben! Ja, wenn ich ihm den Kopf ausgegeben hab! Wenn ich ihn einfach mit Wieseln auch kaufen kann! Ja, ne, ja! Ich hab ihm ja Headshot gegeben! Der hatte ja nicht mehr viel! Der hatte ja nicht mehr viel! Und dann er freut sich jetzt über den Sauerkrug! Ne, er kam ja auf einmal! Ne, ich hab ne, zwei Trugen geöffnet, wenn ich, äh, schnell, äh, Waffen brauchte, wenn ich, äh, was gehört habe! Und, äh, und der hat mich auch gesehen als erstes, beim Landen hat er mich auch gesehen! Und ich, äh, scheiße, ich muss Waffen haben! Oh, das ging halt! Aber ich hätt, ich, da war... Ey, ne, es war weit! Du musst immer ein Fallschirm öffnen! Du musst immer ein Fallschirm öffnen! Jetzt geh' woanders, du woll'n Loot Lake! Schaffen wir nicht! Fliegen! Jetzt ist fliegen unmöglich dahin! Ja! Fliegen ist unmöglich dahin! Fliegen ist unmöglich! Ja! Ja, das ist, man kann so ein Fallschirm öffnen, aber... Weg! Äh, naja, ja, was man denkt, denkt man das! Aber lachen Sie, Louis! Ja! Ja! Was ist denn oben so spannend? Zwei, drei, vier! War du? Ja, die haben Angst! Äh, ich hab zwei Kisten! Ich hab' ein, eliminiert! Alter! Ich brauch' Munition! Ich brauch' Munition! ... Sturmer, ich bide ja, jetzt ist es aus aber für zu Hause Köln Jürgen er hat er noch bei ihr er hat es hat nur zwei Schuss über erblickt immer zu gehen der Hände er ist durchgelutet Ich bin halt nicht so sicher, dass die könnten... Auf dem Stand er da rum. RT-Medical. Wo? Wo sind die? 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 Na, ich bin tot. Aber ich werde angestellt. Kann nichts wollen. Wer wahrscheinlich sterben. Ich schieße halt mal auf mich. Und auf dich. Pass auf, das Neid mal auf dich, ne? Wenn jetzt gepuscht gekommen... Weil... Ich... Die Smeid mal halt, ich kann da nichts machen, wenn ich neid'n. Das ist halt auf dich. Und das ist halt auf dich. Er ist alles halb auf dich. Ja komm. Er ist aber schlecht. ich kann nicht so ich ihn pushen ja diese halte zweiter oder ist allein allein wo sind die Das war's, das war's. Seh die! Ist doch noch ein Tor? Wo ist denn noch? Oder kannst du uns ein Auto? Huh? Wir haben doch alle hinter der Haube, das ist nicht dumm. Und wo? Oh! Oh! Was ist? Ich hab zwar nicht mehr viel Schuss, aber... Einnahm gut geht Einnahm gut geht Danke! Oh! Geh hoch! Da! Geh unter! Der Schatz ist auch das Ding, glaube ich! Wo ist das Ding? Wo ist das Ding? Hä? Unter mal rein! Unter mal rein! Unter mal rein! Dann wir mal rein! Da! Ja! Da! Dann ist es gut! Sollen hast du es auch gemacht? Gar nichts! Nein, wie soll ich draußen ist? hier vorne wir sind nur die Fasen Ich bin so, ich bin so da. Ich bin da jetzt da oben. Ich bin da noch mit Hände da oben, so. Hm? Was ist das denn? Ich bin da oben. Ich bin da oben. damals auf der Mittlerinsel ja 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 bitte 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 ja 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 no ja 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 Nein. Freue nicht, schau doch. Ja. Das ist ein wenig Schuss, alle. Ja. Wer lässt die denn liegen? Wer lässt die denn? Ja. ich brauche halt er heutzutage kann 3 mehr 30 1 wer das ähnlich gewinnen so noch viel ja noch zwei teams und ich und die einen gepost okay letztes team da ging zwei leute die sind da hinten da werden wir schon hingehen die 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 Ja. 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 tun wenn ich hier jetzt nicht so viel Geld haben das ist halt nicht die Konzentrieren muss also hallo gut 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 das ist bereit da kann man halt nicht machen das ist halt so gut guck mal ich hab so glaube ich nur das ist auch schwer aus dem Jahr wie ihr seht ähm du ein Sieg das war vor 2000 und jetzt da hat die zwei Sieger einmal einmal im pures Gold das weiß ich nicht und einmal davor noch den ganzen Mann das war doch vor dem Pool du hast gar nicht getan beim epischen Sieg doch du hast gar nichts getan doch die saßen nur so rum mit der Raketenwerfer ja ok wir haben ja ok das war so wir haben voll auf eine Base drauf geballt wir wir waren eine Loot Lake er kriegt Arian hatte blauen Raketenwerfer einmal Loot Drop genau von uns zwei haben sich geballt mit Duoteam und haben sich irgendwie ja Loot Drop vor unsere Tür nicht genau vor unsere Tür Meter oder so ich hab nur die goldenen Raketenwerfer ich äh da haben wir einfach die Endbase äh zerstört äh haben unten rein geschaffen und gesagt da kam der einzelne äh kam noch links äh vom Berg aber ohne es gar hatte der auch nicht und der hat und da haben wir einfach halt drauf geschaffen ich habe ein Headshot den verpassen und da war und da stand auf einmal irgendwie so wo gehen wir hin wo gehen wir hin so weit ok Leute sagen so wo 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 geht auch geht auch den Weg hin so Leute wir kommen ja das wird auch die letzte Runde sagen und die 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 ich das erfahren wir noch nicht wollen einfach mal zur lobby fliegen hier ist eine kiste hier wir sind in der 2 ob die Wetter und sein und die anderen zu tun und dann kriegst du dir hier oben jetzt gehen wir unten hin weil du hast halt die bessere das equipment geben wir hier unten im halbieren von hier kommen ein jahr-märker in der grünen doch ohne ja du musst auch zwei noch öffnen wie viele ja ja und wollen wir tot springen das war ein zweiter Moment, da war ein Loot-Vorpommern und da hab ich äh für den Quadagond einen Kanadenswerfer ich mach aus Tschüss